Hallo zusammen, nächste Programmvorschau am Stadt. Wirklich selten, selten so einen formidablen Beitrag spiegeln dürfen. Es ist wirklich toll beschrieben, es ist sachlich, es ist meines Erachtens auch objektiv. Wirklich ein toller Beitrag von Ansagen, beziehungsweise von dem Herrn Eckehardt Kaja. Ja, ihr wisst ja nicht nur darum geht es, aber das ist jetzt hier so das wirklich Top Topic und könnt ihr dann wieder anschauen, anhören bei VK, BitChute, Odyssey, getraillert bei Rumble und dreimal YouTube. Ja, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.